Worum es wirklich geht bei deiner Reise zu deinem SP, was dahinter steckt, dir dieser unglaubliche Wunsch in dieser wunderbaren Seelenvereinigung, in dieser wunderbaren Liebesbeziehung mit einer speziellen Person zu sein. Weil wir haben oft das Gefühl, das ist nicht richtig oder da ist irgendwas falsch dran und wir sind falsch, weil wir uns so sehr wünschen, diese erfüllte Liebesbeziehung. Guten Morgen! Ja, schreibt mal rein, wenn ihr da seid. Dieser Wunsch, der ist Gott gegeben. Dieser Wunsch nach Liebe, nach Verbindung, nach Einheit, nach Einigkeit, nach richtig angekommen sein, zu Hause sein. Hallo! Ich dachte vorher noch, heute wäre ein Live von dir ganz toll. Na, schau! Und hier ist es. Ja, dieser unglaubliche Wunsch, der uns zieht und der uns so viele Schmerzen auch bereitet, wo gedacht wird von vielen, die darüber reden, über Seelenpartner oder über Dualseele, dass da was falsch dran ist, dass da was falsch dran ist. Aber das ist so, so richtig, weil es ist der Weg zu uns selbst. Das ist der Weg, der gegangen werden muss, um in diese Vereinigung zu kommen mit dem, was ich wirklich bin, mit meiner Seele, mit meinem Divine Design, mit meinem göttlichen Blueprint. Und dieser Ruf, der ist so groß, weil wir wissen, dass die Liebe da ist. Wir wissen, dass es um Liebe geht. Wir wissen, dass wir Liebe wollen. Wir wissen, ja, dass in diesem ganzen Wirrwarr unseres Lebens Liebe fehlt. Es fehlt die Liebe. Guten Morgen! Ja, es fehlt die Liebe. Die Liebe fehlt uns und wir wollen die Liebe haben. Und was wir wissen, ist, dass die Liebe eben nicht von außen kommt, sondern dass sie von außen reflektiert wird. Die Liebe, die wir in uns tragen, die wird außen reflektiert. Und wir sind geboren mit dieser Liebe. Aber wir wissen nicht, wie wir sie leben sollen. Wir wissen, dass wir Liebe leben können, wenn wir einen Liebsten an unserer Seite haben. Wir wissen, dass wir Liebe leben können, wenn sie da ist. Aber sie ist halt erst da, wenn wir auch da sind. Wenn wir in Liebe sind. Und was meine ich damit? In Liebe. In Liebe heißt in kompletter Akzeptanz. In kompletter Liebe. Ich bin in Liebe. Ich bin in Liebe. Ich bin in Liebe mit mir. Ich bin in Liebe mit dem Leben. Ich bin in Liebe mit den Menschen. Ja, guten Morgen! Und es gibt so viele Dinge in unserem Kopf, die uns immer wieder sagen, ich bin nicht in Liebe, weil ich da draußen keine Liebe sehe. Ich sehe so viel Hass. Ich sehe so viel Ablehnung. Ich sehe so viel Böses auch da draußen. Ich sehe nicht die Liebe. Ich sehe sie nicht. Und dann sehe ich sie kurz, wenn ich mich verliebe, wenn ich frisch verliebt bin. Dann sehe ich diese Liebe. Dann sehe ich diese Einzigartigkeit in der anderen Person. Und sehe kurz, wie wunderbar es ist, wenn ich Liebe sehe. Darum geht es. Ich sehe Liebe in diese anderen Personen, wenn ich sie neu kennenlerne, wenn ich keine Geschichten habe, wenn ich keine Ängste habe, wenn ich keine vergangenen Kojektionen habe. Weil ich bin in diesem Tunnel der Liebe. Ich bin in diesem Tunnel der Verliebtheit. Und plötzlich kommt die Angst, weil es so schön ist. Plötzlich kommt die Angst, ich könnte es verlieren. Und diese Angst bringt mich in den Verlust. Das heißt, entweder kommt eine Trennung zustande oder ich fühle mich getrennt. Ich habe keine Verbindung mehr zu meinem Liebsten. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht verstanden. Ich habe das Gefühl, ich werde nicht gesehen. Ich werde nicht anerkannt. Ich bin nicht angenommen, so wie ich bin. Ich habe das Gefühl, es ist etwas falsch mit mir. Aber das Wichtige zu wissen ist, dieses Gefühl habe ich, bevor ich im Außen sehe, dass ich abgelehnt bin, weil etwas falsch mit mir ist, weil ich nicht gut genug bin, weil ich etwas Falsches gesagt habe, weil ich etwas Falsches wollte, weil ich etwas anderes wollte als er. Und weil ich anfange, mich dann irgendwie falsch zu machen, weil das meine menschliche Programmierung ist. Wenn ich davon aus, es ist mit mir etwas falsch. Wir sind so geboren. Wir sind so geboren mit dieser Programmierung. Wir sind so verkörpert. Wir sind so in diesen Körper hier reingekommen mit dieser unglaublichen Überzeugung, weil ich etwas falsch mache, ist im Außen etwas fehlend. Als Kind, alle, die ihr Kinder habt und alle, die ihr euch an eure eigene Kindheit erinnert, erinnert euch daran, dass ihr euch schuldig gemacht habt. Und schuldig heißt falsch. Schuldig machen, sich selber schuldig machen, sich schuldig zu fühlen, heißt sich falsch zu fühlen. Ich kann mich nicht schuldig fühlen, ich kann mir nicht für etwas die Schuld geben, wenn ich richtig bin. Wenn ich richtig bin, bin ich nicht schuldig. Und mit dieser Urschuld, mit dieser Urfalschheit sind wir alle programmiert. Und aus dieser Programmierung, aus dieser Überzeugung heraus, lernen wir zu denken. Ganz früh, ganz früh, wenn wir in die Trennung gehen und wenn ich plötzlich merke, ich bin ein Mensch, ich bin, ich bin, ich habe hier einen Körper als Kind, ja, dann merke ich, okay, hier passieren Dinge und die haben alle was mit mir zu tun. Nur der falsche Rückschluss, den ich automatisch mache, ist, es ist, weil ich falsch bin. Die Dinge da draußen passieren, weil ich falsch bin. Meine Eltern streiten sich, weil ich falsch bin. Meine Eltern beachten mich nicht, weil ich falsch bin. Mein Umfeld will mich nicht, weil ich falsch bin. Und das ist dieser Staffellauf, der weitergegeben wird, bis wir ihn brechen. Bis wir ihn brechen, wird diese Staffel weitergegeben, du bist falsch und du bist schuldig. Du bist falsch und du bist schuldig. Und mit dieser Identität wachsen wir auf. Unser ganzes Umfeld ist so programmiert. Alle gehen davon aus, Schuld, Fehler, Konsequenz. Schuld, Fehler, es hat Konsequenzen. Ich habe was falsch gemacht, ich habe was falsch gesagt, ich war böse, ich habe mich falsch verhalten. Also muss ich die Konsequenzen tragen. Du musst die Konsequenzen tragen für dein Falschsein. Du bist schuld, deswegen hast du zu wenig Geld, deswegen bist du eingeschränkt, deswegen passt du nicht dazu, deswegen wirst du abgelehnt. Deswegen, deswegen, weil du schuld bist und du bist schuld, weil du falsch bist. Das ist deine Schuld, dass du falsch bist. Ja, und es ist meine Schuld, dass ich falsch bin. Es ist meine Schuld, dass ich mich falsch sehe. Es ist meine Schuld, jetzt noch, bis ich es verändere, dass ich glaube, falsch zu sein. Als Kind ist es natürlich nicht meine Schuld, damit werde ich geboren. Und das ist das, wenn ich erwachsen bin, wenn ich erwacht bin, dass ich dahinter schaue und sehe, wow, diese ganze Misere, die ich hier reflektiert bekommen habe in meinem Leben im Außen, diesen ganzen Mangel, dieses ganze Falsche, dieses ganze Nicht-Gut-Genuge, ist deswegen, weil ich glaubte, ich bin falsch. Und ich weiß ja jetzt, die, die ihr hier seid, wisst, dass ihr nicht falsch seid. Ihr wisst, dass ihr gut, richtig, gewollt, für einen absolut göttlichen Zweck hier verkörpert seid in diesem Leben. Und sich immer wieder daran zu erinnern, das ist das Allerwichtigste, jeden Tag zu wissen, ich bin gut, ich bin richtig. Ich bin wichtig, ich bin wertvoll und ich bin das, was ich sage, das ich bin. Ich bin das, was ich sage, was ich bin. Und ich bin selbstbestimmt. Ich bestimme mich selber durch meine Gedanken. Meine Gedanken sind das wichtigste Werkzeug im Sein, im Bewusstsein, in der Identität, in der Persönlichkeit. Alles, was passiert, alles, was ich mache, alles, wo ich probiere, irgendetwas zu verändern an mir und an meinem Leben, egal ob es über Körpererfahrungen ist, über Körperprozesse, über mentale Geschichten, über Meditationen, über Kartenlegen, über Human Design, über Astrologie, über, egal welches Erklärungsmodell ich nutze, egal welche Modalität ich nutze, wenn du dahinter schaust, steht dahinter immer eine Mentalität, eine mentale Einstellung, eine mentale Annahme. Und das musst du einfach mal erkennen. Es ist deine Mentalität. Jeden Moment. Egal, womit du versuchst, etwas zu verändern, etwas anders zu manifestieren, jemand anders zu manifestieren, Situationen zu verändern, Geldsituationen zu verändern, berufliche Situationen zu verändern, familiäre Situationen zu verändern. Egal, was du hernimmst, es geht immer um deine Mentalität, was du mental in dir laufen lässt. Und da liegt deine Macht in deiner Mentalität. Und die zu managen und die so zu führen, meine Gedanken so zu führen, heißt, mich so zu führen, Wie ich sein möchte, wie ich die Welt sehen möchte, wie ich andere Menschen sehen möchte, wie ich meine Liebesbeziehung sehen möchte, wie ich mein ganzes Leben sehen möchte. Es ist alles mental. Es fängt alles in deiner Vorstellung, in deinem Mind, in deiner Mentalität an. Eine Mentalität, du bist eine Mentalität, du bist eine verkörperte Mentalität. Und deswegen macht es auch Sinn, dass deine Mentalität deine Energie und deine Frequenz ist. Das stimmt alles, das stimmt alles, aber der tiefste Ursprung deines Seins liegt in deiner Mentalität. Was du glaubst, denkst, dir erzählst, was für logische Rückschlüsse und Konstrukte du in dir trägst. Wird dir im Außen reflektiert. Eins zu eins. Und deswegen haben wir die Kraft und die Macht und die Power, unsere Mentalität zu ändern. Uns zu verändern, unsere Identität zu verändern. Und damit unser ganzes Leben und die Menschen und Situationen in unserem Leben zu verändern. Und hier reinzugehen, in meinen Seinszustand, in meine Mentalität, in mein Denken, in meine Konstrukte. Das ist das Allerwichtigste. Und hier wirklich alles, was nicht dem entspricht, was ich wirklich bin, was ich wirklich verkörpern will. Liebe, Komplettheit, Schuldfreiheit, Freiheit insgesamt, Schöpfertum, Manifestier, Mastery. Das muss alles kollabieren. Jeder einzelne Satz in meinem Kopf, jeder Denkmuster, jede Überzeugung, die sagt, es ist halt so. Es ist nicht zu verändern. Du bist halt so. Es ist so für dich gedacht. Die ist einfach falsch. Die muss kollabieren. Aber die meisten haben Angst vor diesem Kollaps, weil sie meinen, dahinter ist nichts. Aber wenn diese ganzen Konstrukte, diese ganzen Verbindungen, diese ganzen Zusammenhänge, diese ganzen angstvollen, schuldvollen Zusammenhänge kollabieren und ich in meinen wahren Kern, in mein Divine Design Soul Blue bringe, hineinfalle, fällt alles. Alles, was da draußen gesagt hat, du bist nicht gut genug, du bist nicht geliebt, du bist nicht wertvoll. Man will dir kein Geld geben, du bist hier gedeckelt in deinem Sein als, was weiß ich, in deinem Beruf, in deinem Leben insgesamt. Das kollabiert. Jetzt frage ich dich, Bist du bereit, diese Dinge fallen zu lassen? Bist du bereit, diese Einschränkungen, diese Ängste, diese Konstrukte, die du dir gebastelt hast, übernommen hast, weil du dachtest, das bringt dich zu dem, was du möchtest? Bist du bereit, es fallen zu lassen? Bist du bereit, wirklich einfach nur zu sein, gut zu sein, perfekt zu sein, geliebt zu sein, gewollt zu sein, auserwählt zu sein, besonders zu sein, speziell zu sein, in deiner höchsten, besten Ausdrucksform? Und was drückst du aus? Das, was du denkst. Und wir denken so viel, dass es nicht gut genug ist. Wir denken so viel, dass irgendetwas falsch ist an den Menschen, an uns, an Situationen, an Worten, an Verhaltensweisen. Wir sind geboren, um uns falsch zu machen. Bist du bereit, dich richtig zu machen? Bist du dich bereit, dich kompromisslos richtig zu machen? Bist du bereit, dich bedingungslos richtig zu machen? Jetzt hier in diesem Moment. Schreib mal in die Kommentare. Ich bin bereit. Ja. Ich bin bereit, loszulassen. Konstrukte, Denkmuster, Ansichten, Verhaltensweisen, Rückschlüsse. Bist du bereit? Oder hast du Angst? Hast du Angst, zu denken, dass alles gut ist? Hast du Angst, zu erwarten, das Beste für dich im Leben? Hast du Angst, die Liebe zu erwarten? Was ist da mehr? Was ist da mehr? Hast du mehr Angst? Oder hast du mehr Liebe, Vertrauen, Sicherheit? Was ist da drin bei dir? Und das ist ein Teil, was so, so wichtig ist, diesen Weg zu gehen, hier reinzuschauen und zu schauen, was ist da? Was ist da? Weil nur, wenn ich reinschaue und sehe, was ist da, erfahre ich über mich, was da ist in mir, so, dass es im Außen reflektiert wird. Was ist da? Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die du dir jeden Tag ganz, ganz oft stellen musst, wenn wenn du dich schlecht fühlst, wenn du Angst hast, wenn du unsicher bist, wenn du nicht weißt, wie du dich entscheiden sollst, wie du dich verhalten sollst. Ich bin bereit. Das bedeutet aber auch, wenn du bereit bist, eben hinzuschauen, hinzuschauen und zwar aus einer Perspektive heraus, die ganz genau weiß, hier schaut mein Divine Design, meine göttliche Perfektion und Liebe, schaut in mich hinein und sieht, was da noch an Lügen und an Falschheit, an falschen Annahmen und Rückschlüsse da ist. Und das ist das übrigens, was dein SP macht. Dein SP, du weißt es, du spürst es, deine spezielle Person, die schaut in dich hinein und sieht, was falsch ist, was falsch gedacht wird, nicht was falsch an dir ist, sondern was du falsch hast, denkst, was du denkst, aus Mangel, aus Angst, aus Angst vor Zurückweisung, aus Angst zu verlieren, verlassen zu werden, etwas kaputt zu machen. das ist dieses schreckliche Gefühl, wenn du wirklich deinen Seelenpartner getroffen hast, dieses Gefühl, dass er dich sieht, dass er sieht, wie schlecht du bist, wie nicht gut genug du bist, wie fehlerhaft du bist, das ist diese Angst, das ist das, aber du bist nicht schlecht und fehlerhaft, aber das, was du denkst, ist falsch. Das, was du falsch denkst, ist falsch. Das, was du denkst, das nicht in Ordnung ist, das nicht in Versorgung ist, das im Mangel ist, das nicht gut genug ist, das ist falsch. Und das ist dieses unglaubliche Gefühl, vor einer Person so nackt zu sein. Weil diese Person, wenn es wirklich dein Soulmate ist, wenn es wirklich diese Person ist, wo du dieses Gefühl hast, scheiße, vor dem bin ich nackt und er sieht alles, er sieht jeden Gedanken, er reflektiert jeden Gedanken, jede Angst, jedes, jedes kleinste Quäntchen sieht er und er reflektiert es mir. Und das ist so wertvoll, wenn du weißt, woher das kommt. Das ist so wertvoll und das hat dich auf diesen Weg gebracht, weil du genau weißt, dass du diese ganze Falschheit, dieses ganze falsche Denken, das auf der Basis deiner Falschheit entstanden ist, loslassen, darfst, komplett loslassen, loslassen, loslassen. Dieses Gefühl da zu stehen und nackt zu sein vor deinem SP und wenn du in diesem nicht-divine-Design gesehen wirst, wie du nicht bist, wie du nicht gut genug bist, wie du nicht geliebt wirst, weil es deine Gedanken sind, weil es das ist, wovon du ausgehst. Das ist so ein beschissenes Gefühl und der einzige Ausweg ist, dass du weißt, wer du wirklich bist, dass du deine Göttlichkeit, deine Wahrhaftigkeit, deine Macht, deine Kraft, deine Power anerkennst und nutzt, um das genialste, schönste Leben da drauf außen zu generieren. Aber zuerst musst du jemand sein, der diese Schönheit, diese Perfektion und diese Liebe sehen kann. Und du kannst nichts sehen, was du nicht sehen kannst vor deinem inneren Auge. wenn du verurteilen bist, wenn du anklagend bist, wenn du Schuld suchst und Schuld heißt eben auch Ursache des Schlechten, dann suchst du und siehst du Schlechtes. Und das ist das Ding. Das ist dieses Ding. Erst wenn ich mit mir in einem unglaublich liebevollen Verhältnis, in einem liebevollen Einklang bin, wo ich weiß, ich denke aus der Liebe, aus der Perfektion heraus, ich denke wie Gott. Gott liebt alles. Also liebst du alles an dir. Alles. Und du weißt es, du verstehst es, du verstehst dich selber. Du verstehst, dass es aus den Gedanken kommt. Du verstehst, dass du die Person bist, die all das manifestiert hat durch diese Ansichten. und diese Ansichten, die musst du kennenlernen. Du musst dich kennen und verstehen lernen. Und dann verstehst du das Leben und verstehst die Reflexion. Du verstehst dein Gegenüber. Du verstehst deinen SP. Du verstehst dich in ihm. und dann verstehst du ihn. Wenn du dich verstehst, verstehst du ihn. Und wenn du ihn verstehst und dich verstehst und ihn liebst und dich liebst komplett, dann ist diese Einheit da, die du wünschst. Dann ist er da. Und zuerst ist er in dir. Der lebt in dir. Der lebt mit dir. Der ist du. Aber nicht in dem Sinne du als Personality, sondern du als Ansicht. Du. Und ich mache dir jetzt ein Beispiel, damit du es besser verstehst, weil everyone is you pushed out. Er ist du. ganz, ganz falsch verstanden oft. Er ist das, was du denkst über ihn. Er ist das, was du über ihn denkst. Das heißt nicht, er verhält sich wie du oder du verhältst dich wie er, sondern er verhält sich so, wie du denkst. Er denkt das, was du denkst über ihn. Er macht das, was du erwartest, dass er macht. Und das ist es. Was bist du für ein Mensch? Was erwartest du von den anderen Menschen? Was glaubst du, was sie von dir denken? Was glaubst du, wie sie sich dir gegenüber verhalten? Alle Menschen. Das heißt, du bist die Quelle, du bist die Ursache, du bist der Schöpfer durch deine Mentalität und die muss verändert werden. und viele gehen nur den halben Weg, gehen immer nur bis dahin, gehen immer nur bis dahin und dann fängt es an unangenehm zu werden, dann fängt es an zu schmerzen, dann fängt es an traurig zu machen, dann fängt es an verzweifelt zu machen, irgendwann mal, weil ich das ganze Ausmaß der Scheiße, die aus mir raus gesprudelt ist, an Gedanken, an schlechten Ansichten, an Negativität, an Leute schuldig machen, anzuprangern, etc., dann sehe ich irgendwann mal, sehe ich das und dann muss ich so weinen, dann muss ich so, so, so weinen und alles raus weinen und alles los lassen und wirklich erkennen, es bin ich, 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 ich habe das gemacht, ich bin in kompletter Verantwortlichkeit zu meinen Ansichten, zu meinen Geschichten, zu meinen Ängsten, aber ich bin nicht schuldig, ich bin nicht schuldig, sondern es ist der Weg, es ist die Reise, es ist die Reise zu mir, dass ich irgendwie plötzlich dastehe und sage, alles ist in meiner Kontrolle, alles ist in mir, alles kommt aus mir zu mir und das ist ein Prozess, den ich euch nur sagen kann, aufzugeben, zu sagen, ich will nicht mehr oder es ist mir egal oder es soll so sein, wie es ist und dann ist es halt so und ist mir wurscht und ich suche mir jemand anders, das sind alles Gedankenkonstrukte, die Erleichterung bringen und die darfst du haben und du sollst dich erleichtert fühlen in diesem Prozess. Dieser Prozess darf dich erleichtern, darf dich befreien, aber du musst immer wieder zurückkommen zu der Wahrheit, zu dir selber und zu sagen, wenn es mir wurscht ist, was der andere macht, wenn er mir egal ist, ist es wirklich so? Ist es wirklich so? Oder sage ich, nein, hier ist die Mauer, hier, bis hierhin und nicht weiter, gehe ich in mich? Oder gehst du tiefer? Gehst du tiefer, tiefer, tiefer? Da, wo wirklich das Letzte, das Letzte Dunkle, das Letzte Schmerzhafte ist, gehst du dahin und bist bereit, dieses ganze Grauen aus deiner mentalen Welt zu betrachten. und zu sagen, fuck, dieses Grauen ist in mir entstanden und darf das raus, darf das raus, ohne dass ich falsch bin, ohne dass ich mich falsch mache, sondern dass ich nur erkenne, diese ganze Macht und Kraft, die ich habe, dass ich wirklich dastehe und wirklich einen riesengroßen Respekt habe und aber erkenne, dass alles in meinem Kopf gewachsen ist, dass alles auf meinem Mist gewachsen ist, dass alles in meinen Gedanken, Annahmen, Rückschlüssen, Ängsten gewachsen ist. Und wenn du dahin gehst und siehst, fuck, wow, alles habe ich gedacht, alles habe ich mir zusammen gedacht, alles habe ich geglaubt, dass es genau so ist, dass es so passiert, alles habe ich befürchtet, alles habe ich aus mir heraus reflektiert, den ganzen Horror, das ganze Leid, diese ganze Ablehnung, diese ganze Angst, diese ganze Verzweiflung und dann darf ich es fühlen, dann kann ich es fühlen, dann kann ich dahin gehen, weil ich weiß, dass ich das nicht bin, sondern dass es da ist, um durch mich zu gehen, um durch mich transformiert, alchemisiert zu werden. Dazu muss ich erst anerkennen, dass es bei mir ist, aber nicht, dass ich das bin. Es ist bei mir und dann kann ich es verändern. Aber solange ich es noch außen habe, habe ich keine Macht, dann bin ich kraftlos. Ich muss es zu mir nehmen, aber nicht als mich, sondern ich nehme es zu mir, um es zu alchemisieren und zu transformieren, damit es sich auflöst in Liebe, in Perfektion, dass ich sehen kann, es ist eine Fata Morgana gewesen, es ist ein Film gewesen, den ich gebastelt habe, den ich weiter gebastelt habe, das ist ein Film, der existiert und ich habe ihn gewählt, aber jetzt gefällt er mir nicht mehr und jetzt alchemisiere ich diesen ganzen Film, stell dir vor, du nimmst diese Filmrollen, du nimmst sie, du löst sie auf, wenn du dir vorstellst, früher, wenn wir diese runden Dinger hatten, da in den Kameras, du ziehst alles raus, du hast alles draußen und du hast die Kraft und die Power, dieses ganze Filmmaterial einfach zunichte zu machen, aufzulösen und und das fühlt sich gut und richtig an und da ist nichts mehr, da sind keine Bilder mehr, da sind keine Geschichten mehr, da sind keine Annahmen mehr, da ist nichts mehr, es ist alles alchemisiert, es ist aufgelöst, es ist rein, es bleibt nichts mehr, außer du, in deiner höchsten, wahrhaftigsten, Divine Design Form, bist nur noch du da und du machst Filme aus du machst Filme wo alles wunderschön ist, es fällt mir jetzt an, Lemuria, in Lemuria war alles so schön, es gab mal Atlantis und all diese Geschichten, die uns Zugriff geben zu der höchsten Perfektion, es sind Geschichten und du bist hier und für dich eine Lebens und Liebes Geschichte aus der höchsten Perfektion zu schreiben in deinem Mind, in deiner Mentalität und jede Liebe, jede Geschichte, die du draußen noch erlebst, die ist aus diesem alten Filmmaterial und deswegen nenne ich eben auch dieses Programm, das jetzt am Montag startet, wo es wirklich um diese Transformation, Alchemisierung der Ängste, dieser ganzen angstvollen und beengenden Vorstellungen und Gefühle geht, nenne ich eben die Power der weiblichen Alchemie, weil das ist gedacht für uns, wir sind dazu da, in dieser Power zu leben und uns in dieser Kraft auszuleben, aufzutreten, zu sprechen, zu denken, zu fühlen, dieses alchemisierende, powervolle, göttliche Wesen zu sein, aber das ist ganz was anderes als ich bin die Göttin, ich werde getragen und hofiert, wenn ich es nicht selber anerkenne, dass ich diese Macht bin und dass die gewollt und geliebt und getragen und hofiert ist, weil sie alchemisiert diese ganze Scheiße, aber solange ich diese ganze Scheiße multipliziere und nicht alchemisiere, lebe ich in Angst, Schmerz, Verurteilung, Schuld, Machtlosigkeit, wenn ich diese Power in mir anerkenne und mich als dieses göttliche Wesen anerkenne, wow, wow, was ist dann da alles möglich, da habe ich keine Scheiße mehr in meinem Leben, weil die wird durch mich alchemisiert Menschen werden erhoben, geheilt in ihre höchste, beste Form, weil ich diese Form, diesen Raum für diese Formen eröffne, weil alles, was nicht Divine Design göttlich ist, wird von mir nicht ignoriert, sondern transformiert, alchemisiert, das ist diese Arbeit mit der Energie, aber auch eben, es ist mental, alles, was ich euch jetzt erzähle, ist mental, das ist Vorstellung, das stelle ich mir vor, in mir, wie es dazu kommen kann, was ich sein kann, was ich tatsächlich wirklich wahrhaftig sein kann, wie mächtig ich sein kann, weil ich verstanden habe, dass es nichts gibt, ohne mich, meine Aufmerksamkeit, meinen Glauben da dran, mein Glaube bringt die Dinge in Existenz, mein Glaube ist das, was ich in meinem Kopf habe, da ist die Power, hallo ist der Kurs am Montag etwas Menschen, die ein anderes Thema haben als SP, SP ist ein Platzhalter für alle Themen, die dir sagen, du bist nicht gut genug, die dir sagen, es fehlt etwas, die dir sagen, du darfst etwas nicht, du kannst etwas nicht und egal welches Thema das ist, ob es Geld ist, ob es was weiß ich, Lifestyle ist, Selbstbestimmung in allen Bereichen, darum geht es, weil letztendlich kommt es immer dazu, wer bist du, dass du dieses Problem hast, wer bist du, dass du nicht geliebt bist, wer bist du, dass du nicht wertvoll bist, was machst du mit dir in deinen Gedanken, in deinem Kopf, dass sich im Außen diese Mangelsituation zeigt, egal was mangelhaft, mangelhaft von der Schule her oder, was ist nicht gut genug, was ist mangelhaft in deinem Leben, deine Beziehung mit deinem SP, deine Beziehung mit irgendwelchen anderen Leuten, dein Arbeitsplatz, dein Business, deine finanzielle Situation, egal wo du diesen Mangel siehst, du hast die Power, das in dir zu alchemisieren, du hast die Power, du kannst das, einfach auflösen und korrigieren, auflösen und korrigieren und deswegen, die Antwort ist natürlich ja. Ich spreche hier halt hauptsächlich von spezielle Person SP, weil in uns es so verankert ist, dass das Leid, das ich spüre, ausgelöst ist von einer anderen Person. die Zurückweisung, die Mangelhaftigkeit, die Enge, die Nichterfüllung, die Traurigkeit, ich habe immer das Gefühl, es kommt, weil jemand anders, was macht, was tut, was sagt, sich irgendwie verhält, was mich triggert, was mich schmerzt, was mich zurückweisend nicht gut genug und wertlos fühlen lässt. Aber das Prinzip ist immer das gleiche. Egal, was mir den Schmerz antriggert, gerade in meinem Leben, sagt mir, du bist falsch, du bist mangelhaft, du bist nicht gut genug, du musst was anderes machen, du musst was anders machen, etc. Und da geht es genau darum, dass ich hier erkenne, wo liegen diese unterschwelligen Überzeugungen, Konstrukte, Annahmen, die das immer wieder im Außen generieren und reflektieren. So, haben wir noch ganz kurz Platz hier für Fragen diesbezüglich. Bin mal gespannt, ob noch Fragen da sind, was da hochkommt, jetzt für die, die ja live dabei seid, was da, was da noch ist, was da, was da noch im Kopf sagt, okay, aber, ja, aber, was für ein ja, aber hast du? Hast du noch ein ja, aber? Ja, aber, ja, aber wie? Ja, aber warum? Lass mal deine ganzen ja, aber's hier in die Kommentare, dann kann ich die beantworten. All diese ja, aber's, was habe ich denn da, ich kann es nicht sehen, wo finde ich, wo finde ich meine tatsächlichen Annahmen? Im Außen, was dir gespiegelt wird, was du siehst. Du siehst ein Verhalten eines Menschen und du hast eine klare Interpretation, Lenzinterpretation dieser Situation. Du hast klare Annahmen darüber, was der andere denkt, fühlt, was du denkst, fühlst, was nicht richtig ist und was mangelhaft ist. Da findest du's und dann schreibst du's auf und dann siehst du, wow! Denke, denke nicht, dass ich nicht gut genug bin. Scheinbar erkenne ich meine wahren Annahmen nicht. du denkst, du denkst vielleicht nicht, dass du nicht gut genug bist. Vielleicht denkst du, dass du gut genug bist, aber du denkst halt, dass die anderen nicht gut genug sind. Du denkst, dass das Gegenüber falsch ist. Du denkst, dass das Gegenüber fehlerhaft ist. Du denkst, dass das Gegenüber mangelhaft ist. Also denkst du aus dem Mangelhaften heraus. Du denkst, hier fehlt was. Du denkst, hier ist was nicht in Ordnung. Du denkst, etwas stimmt nicht. Du denkst, die Dinge sind nicht so, wie du sie haben müsst. Du denkst das. Und das, was du denkst, sind deine Annahmen. Du denkst das. Du interpretierst. Interpretationen sind Annahmen. Gedanken sind Annahmen. Ich denke, das Wetter ist gut. Du denkst vielleicht, das Wetter ist schlecht. Wir haben vielleicht verschiedenes Wetter. Das sind alles Annahmen. Das ist diese Selbsterfahrung. Ich muss erfahren, wer ich bin. Ich muss erfahren, was in mir vorgeht. Hat sonst noch jemand eine Frage? Sonst würde ich hier langsam zum Ende kommen. Geht es wirklich darum, in diesem Live? Wollte ich euch wirklich nochmal einfach zeigen, um was geht es auf dieser Reise? Es geht um dich. Und ich bin gut genug, aber niemand sieht es. Ist eine Annahme. Ich bin gut genug, aber keiner reagiert drauf. Ist eine Annahme. Warum sieht keiner, wie liebevoll ich bin? Warum sieht keiner, wie wertvoll ich bin? Ich bin noch wertvoll, aber es sieht keiner. Irgendwie muss noch was an mir falsch sein. Irgendetwas mache ich falsch. Ich bin falsch. Sonst würden sie ja alle sehen. Das sind alles so Sachen, da muss ich dahinter kommen. Da muss ich mich selber erfahren. Und ich meine, ist ja nicht schlimm. Es sind ja nur Gedanken. Es sind ja nur Gedanken. Und die kann ich verändern. Es sind ja nur Ansichten. Die kann ich verändern. Es sind ja nur Interpretationen. die kann ich verändern. Habt ihr nicht noch eine Frage? Wenn jetzt da nichts mehr kommt, dann komme ich zum Schluss. Ich kann euch nur sagen, es ist ein Weg, es ist eine Reise. Und diese Reise ist nicht einfach, weil hier immer wieder diese Trennung entsteht. Die ist da, solange ich verkörpert bin, fühle ich mich in Trennung. Und diese Trennung, die nehme ich halt durch meine Gedanken und im Geiste vor. Ich bin hier und da fehlt etwas. Ich will es, ich bin hier und ich will das und es ist nicht hier. Und diese Vereinigung, dieses ich bin das aber alles erst in meinem Geiste, das ist übrigens auch Geistheilung, das muss mir sowas von Sonnenklar sein, das muss von innen heraus die einzige Wahrheit sein, die ich lebe. Ich bin, ich bin. Okay, was bin ich? Ich bin abgelehnt oder geliebt. Ich bin gewollt oder nicht gewollt. Ich bin richtig oder ich bin falsch. Und ich kann sein, was ich will. Ich kann sein, wer ich will. niemand kann mir sagen, wer ich sein muss. Ich sage mir das selber. Aber wenn ich es mir halt immer wieder noch aus dieser Position heraus sage, ich bin im Mangel, mangelhaft, mir fehlt etwas, ich habe etwas nicht, dann werde ich ein Leben führen, das nie erfüllt ist, weil immer etwas fehlt. Diese Erfüllung, die bin ich. Aber ich muss sie erkennen und ich muss aus ihr heraus denken, ich muss aus ihr heraus die Welt sehen. Es ist alles für mich da. Es ist alles für mich da. Nur, wenn ich es nicht sehen kann, dann ist es nicht für mich da. aber wie kann ich sehen, wenn jemand anders sich so lieblos verhält, wenn jemand anders mich ignoriert, wenn jemand anders mich belügt, wenn ich betrogen werde, wie kann ich jetzt sehen, dass ich die Erfüllung bin, indem ich sehe, dass ich das hier in mir durch meine Ängste, durch meine Befürchtungen generiert habe. Ich glaube, es gibt Lügen. Ich glaube, man kann mich betrügen. Aber wer soll mich belügen und betrügen, wenn ich in einer Welt lebe, wo keine Lügner und Betrügener da sind für mich? für mich? Ich kann mich nur selber belügen und betrügen und ich belüge und betrüge mich, indem ich mich nicht in meinem höchsten Licht anerkenne. Also, wenn ihr noch Lust habt, in die weibliche Alchemie einzusteigen, wir starten am Montag, das ist jetzt das Live-Programm, das es gibt. Ansonsten habe ich natürlich noch ganz viele Selbstlernkurse, Videokurse, Masterclasses, wo du dich da hineinbegeben kannst, aber es ist so, so wichtig, dass du dich selber kennenlernst und reflektieren lernst. Ein ganz, ganz toller Platz ist auch noch unsere Wir-Sind-Divine-Design-Community, wo du wirklich diesen Raum und diesen Rahmen findest, in diesen Prozess einzutreten, weil dein Verstand wird dich immer wieder verarschen. Dein Verstand wird immer wieder in die alten Muster und Konstrukte zurückfallen wollen, bis es so tief gelandet ist, dass du in deiner Divine-Design-Verkörperung bist und immer wieder automatisch ein automatisches Autokorrekturprogramm für dich laufen hast lassen. Der meldet sich nicht, ich bin ignoriert, ich bin nicht wichtig, nee, 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 Autokorrekturprogramm kommt ein, hallo, was denkst du denn hier schon wieder? Willst du das in deinem Leben haben? Willst du das glauben? Willst du das annehmen? Willst du das interpretieren? Sind das Dinge, die du tatsächlich willst manifestieren? Oh nein, also, Autokorrektur, was willst du sehen? Was willst du interpretieren? Und das, diese Übung, die kann dir keiner abnehmen, es kann dir keiner abnehmen, es ist wie eine neue Sprache zu lernen, ich kann, ich kann dir nicht, keine Ahnung, Russisch fließend hier beibringen, in diesem Video, ich kann dir die Sprache beibringen, kann dir Grammatik beibringen, und du musst die Aussprache, musst du üben, du musst, du musst reden, du musst reden, ja, du, viele Leute versuchen auch neue Sprachen zu lernen, mit dem Buch und in ihrem Kopf und sie sprechen es nie aus und sie trauen sich nicht, mit anderen Leuten in dieser Sprache zu reden und das ist genau das Ding, das ist der Unterschied, die Leute, die in eine neue Sprache fließen können und die überall reden über alles, die reden, die sprechen und genau das ist das, was ich in meinen Coachings und Programmen und Trainings mache, ich bringe dich dazu, deine Wahrheit zu sprechen, auszusprechen, dich wahrhaftig zu sehen, dich selbst zu erfahren und das auszusprechen, was du erfährst, damit du diese Sprache lernst, diese Divine Design Sprache und wenn du nicht bereit bist, dich zu zeigen und zu sprechen und auszusprechen, sondern dich immer wieder versteckst, wirst du die Sprache nie lernen, du wirst nie eine neue Sprache lernen, wenn du nicht mit Leuten redest, wenn du diese Sprache nicht anwendest, wenn du dich nicht traust, Fehler zu machen und zu schauen, wie geht es richtig, das ist unmöglich, unmöglich und deswegen ist es auch so unmöglich, diesen Prozess, diese Reise zu gehen, wenn du dich immer noch versteckst und wenn du nicht bereit bist, offen zuzugeben, dass du jetzt hier bist, um diese neue Sprache zu lernen, anzuwenden und aus dieser Sprache, aus diesem Wissen, aus diesen Gedanken heraus deine Welt zu manifestieren und zu kreieren. es geht nicht, du musst sprechen, Wort, diese Worte für dich, die erlauben, das zu sein und das auszusprechen, wer du bist und deswegen bilde ich diesen Rahmen in meinem Programm und auch in der Community und ich sage immer wieder, zeig dich, sprich, reflektiere dich, lerne, übe, sonst geht es nicht, sonst kannst du hier kommen und konsumieren, Videos über Videos, du kannst YouTube hoch und runter gucken, Manifestationscoaches hin oder her holen, Praktiken üben, meditieren, bis der Chaos kam home, auf Deutsch weiß ich das jetzt nicht, bis die Kühe nach Hause kommen, du kannst alles machen, aber wenn du nicht daran arbeitest, diese Persönlichkeit, diese Identity zu sein und dich so durch die Welt zu tragen, wird es immer nur eine halbe Reise sein, wirst du immer nur, keine Ahnung, in Italien deine Getränke und dein Essen bestellen können und sobald irgendjemand mit dir ein Gespräch führen möchte, kannst du die Sprache nicht, weil du sie nicht geübt hast, weil du keine Vokabeln hast, weil du dich nicht ausdrücken kannst, weil du unsicher bist und weil du immer noch Ängste hast, was falsch zu machen, das ist die beste Analogie, die mir wirklich jemals eingefallen ist, das mit der Sprache. Bist du sattelfest in einer neuen Sprache, sprichst du fließend, das hast du niemals gelernt, weil du deinen Mund, weil du deine Stimme dazu nicht gebraucht hast, weil du nicht rausgegangen bist zu üben, mit Leuten dich zu zeigen und darzustellen, du hast das nie können, wenn du eine Sprache wirklich, wirklich perfekt können möchtest, eine neue Sprache, die du so fließend sprichst, wie deine Muttersprache, ja, deine Muttersprache, deine Muttergedanken, das, was du übernommen hast, ursprünglich, was du so fließend sprechen kannst, dass sich im Außen alles so manifestiert und realisiert. Wenn dir das aber nicht gefällt, lerne eine neue Sprache, lerne die Divine Design Sprache und dann hast du ein Divine Design Leben. Also so, so einfach und die meisten gehen diese extra Meile nicht. Die sind sie schon in der Schule nicht gegangen, die sind nicht in Sprachaufenthalte gegangen, die sind nicht gereist, die sind nicht in diese Praktik eingetreten, der neuen Sprache. Aber wenn ich diese Sprache reden will, wenn ich mit dem Göttlichen, mit dem Divine Design kommunizieren will, muss ich diese Sprache lernen. Sonst habe ich hier kein Verständnis. Und wenn ich es nicht verstehe, werde ich es nicht leben können, werde ich es nicht sein können, werde ich es nicht aussprechen können. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Und das sind meine Coaching-Räume und es sind so viele Leute, die zahlen immer wieder Geld und machen es nicht. Und warum nicht? Weil sie Angst haben zu versagen. Ganz einfach. Und deswegen machen wir jetzt hier die Power der weiblichen Alchemie, damit wir zumindest mal hier ein bisschen aufräumen, diesen ganzen einschränkenden Geschichten, die du dir erzählst, warum du die Sprache nicht anwenden kannst, warum du sie nicht üben kannst, warum du keine Fehler machen darfst, warum es nicht gut genug ist und so weiter und so fort. So geht's, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr vielleicht meine Videos teilt, wenn sie euch gefallen haben. Es sind wirklich diese Lives, sind absolut gigantische Masterclasses und sie befreien dich aber trotzdem nicht davon, ganz, ganz tief einzusteigen und in dieses Seinszustand, in diese Sprache wirklich fließend, kompromisslos einzusteigen. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis dann.